Herzlich Willkommen allen Freunde zu Jump World zusammen mit den Leon Gunsorg Ja wir haben uns überlegt wir spielen Jump World weil uns macht der Modi sehr sehr viel Spaß also zumindest mir ich weiß nicht wie es bei Leon ist äh ich als alter Jump'n'Run Profi äh ich suche gerade ein 5 und wir haben uns so überlegt so immer wenn wir spielen ist hier so ne Jump'n'Run Map des Tages ich denke da gehen wir rein Leon wo muss man da reingehen äh du kannst einfach hier in das Tor hinten gehen ok dann kommst du da rein dann können wir nämlich so bisschen über die äh ganzen Sachen reden genau ähm also wie gesagt wir machen immer das äh die Map des Tages und danach suchen wir uns einen Begriff aus und dann gehen wir den bei der Suche ein und dann spielen wir die äh die Parts die werden eher unregelmäßig kommen aber wenn sie kommen immer sonntags um 12 Uhr und gibt's sonst noch was zu sagen äh die Begriffe wie bekommen wir die ach so ja die Begriffe die bekommen wir durch Leuten deswegen würde ich Leon vorschlagen äh jemand soll mal in deiner WhatsApp Kontaktliste einfach ein Wort per Sprachmemo machen ok ja gut das können wir ja dann machen wenn wir das Jump'n'Run durch haben ne äh du könntest du ja jetzt auch schon mal fragen und dann können wir währenddessen schon spielen oh ich würd sagen wir fangen einfach an ok dann du kannst ja schneiden ja ja gut du in Klammern Mauda du wachst an einem schönen Vormittag auf und freust dich schon auf den Tag du möchtest dich in deinen Garten legen und How to play Badwars von Zombie weiterlesen ja als ob Zombie Badwars viel Spaß bei der Map verbaut von XXTami bla 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 Render Distance bitte auf maximal 16 Chancen nö ist mir scheiß egal tut mir leid da pfeife ich drauf oh ja aber warum oh da geh ich mal rein Minecraft Singleplayer ja das ist das so ich kann man nicht öffnen oh oh hier ist ein Christel in den holen wir uns gleich das ist ein Schneckchen im Garten Hallo Schneckchen was ist okay du bist Schneckchen ja du weißt schon dass du heute mit so einem Minigilfen gehst jetzt aber schnell hey Kronenka da müssen wir schnell gehen nach da oh nein die Straße aber hier geht's ja auch lang wir gehen erstmal hier lang das war das Rumpeln bei dem RBM gestern ja hier ist auch nix okay zum Glück ist da hinten nichts hab ich einen kleinen Vorsprung der nützt sich nicht viel okay okay da vorne wohnt Tom Bay auch schon da laufe ich mal schnell hin okay ich würde auch sagen wo denn ich geh mal hier ich find die Map eigentlich voll hässlich ja und wo ist der Minigolfplatz ja da gehen wir ja jetzt erst hin wir holen ja als erstes Handmaier wo muss ich hier her durch den Garten gehen wir nach oben oh hier steht was ja dann liest vor ja dann liest vor ja 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 und hier ist kein Bett drin ja und hier äh was hatte Ursacht gesagt wohin gehen wir auf den Hügel wir können aber von hier wir müssen von hier auf den Hügel ach so ich verstehe wenig ach so oh ich dachte man müsste auf die Laterne springen falls das geklappt hätte keine Ahnung ne das hätte bestimmt nicht geklappt oh Gott ich hab gedacht ich fahre runter aber zum Glück Checkpoint checky ein checky oh Gott ich bin so schlecht ja ich weiß ich weiß dass du schlecht bist was hoppy hoppy den hab ich auch so ich hab mir auch überlegt ne in der nächsten Folge könnten wir da Fragen raussuchen und so was die wir beantworten ja jo so hey Zombie wach auf wir gehen Minigolfen was wir gehen Minigolfen ja ja komm ich schon schnell sonst verpassen wir noch den Bus hinterm Haus geht der Bus warte kurz ich muss kurz mal was umstellen ja ich warte meine Musik war ein bisschen laut so äh du wartest überhaupt nicht ja ich bin gerade im Bus nein warte auf nicht wir sind jetzt bei der Minigolfbahn also ich verstehe echt nicht wie die Map Map des Tages äh werden konnte die ist so hässlich Leon wo komm ich denn raus hier vorne guck dir mal diese hässliche Map an hallo hallo Tickets müssen wir kaufen Leon oh das ist ein Mann auch hallo Tickets ach so ach so ich verstehe ach so ich verstehe so dann hier dann hier hallo einmal bitte Schläger ne zweimal zweimal Schläger und Welle ach so ich hab nochmal ach so ich hab nochmal Ups ich bin runtergelaufen ich bin nicht so gut ah ich bin nicht so gut ich soll mal schauen bevor ich jump sie vielleicht noch ein Sieg mit dem Internet ok Ui Ui oh da ist es auch schon vorbei so gut fand ich die mehr Pitz nicht also ich fand die jetzt mäßig beschlecht oder was sagst du joa ging also naja das war ein schöner Tag heute ich freue mich schon aufs nächste Mal danke fürs Spielen wir hoffen es hat euch gefallen ich würde mich über eine positive Bewertung freuen bis dann also ich muss echt sagen Map des Tages hat's für mich nicht verdient hm so fand ich schon ziemlich hässlich joa ne was du hast hast du 8 verlassen Leon Ups äh 4 ne ja 4 eieieie so jetzt frag mal ein paar Personen von dir ok soll ich auch gleichzeitig von mir ein paar Fragen ja gut äh ich würde sagen wir machen einfach mal kurz einen Cut ne ja ja bis gleich ok warte verdrückt halten FET was war das jetzt für ein Wort ich hab's nicht verstanden FET FET ne FET oder nicht was 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 war das was war das du soll einfach sagen was das für ein Wort war ist echt so ja Amelie die fragt einfach irgendeins der ist da scheißegal also nimm jetzt FET oder BED nein wie Warte ja wir warten auf was es war jetzt eigentlich ok ich muss mein Beitrag noch bearbeiten ich will nur noch hinzufügen ne go urban und geht's noch sorry jetzt jetzt reicht's ich kann es nicht einfach nochmal abspielen lassen ne bei Snapchat kann man das ja das ist ja schrecklich immer bei Snapchat oh das zweite Wort ist glaube ich da nimmst du auf ja ich nehme die ganze Zeit auf ach so ich meine ich fast bitte nochmal ich meine ich hä hä schäm dich oder was keine Ahnung ach Leon ne weißt du was wir waren uns einfach anders ok na wir gehen hier auf den Dienstweg ne ich öffne jetzt ähm äh was öffne ich denn jo äh nenn mal ne Zeit von 1 bis ah ok das Thema war BED ja BED ok das erste war BED ok dann haben wir das Thema BED Leute endlich jo wir machen hier deaktiviert damit wir keine Jumpin' Runs haben die wir noch nicht gemacht haben äh die wir schon gemacht haben ich glaube wir haben aber kein einziges mit BED gemacht bisher ja aber es könnte ja sein dass da Hogwarts Bett oder sowas mal war ok dann geht's auch schon los Leute endlich endlich das war aber ne schwere Geburt Bettchenzeit oh ich hab noch ein neues Video noch nen neuen Begriff gleich ok gut sorry sette ich mich ich hab keinen Bock auf Übelkeit du musst schlafen wo ist das Bett oh shit noch mehr Betten doch man ich bekomme die ganze Zeit Übigkeit ja das ist blöd du nicht oder was Bettfabrik doch ich auch da kann ich schlafen ja blink blink törchen Bettportal da unten oh mein Gott krass aber nicht auf die roten oder was ach so alter das wird ja was mein Effekt ist ah man mein Effekt ist immer noch da ja meine auch oh Gott eh das ist auch rot ne ja das ist auch rot hä los bis zum Zeit ist kacka Zeit Checkpoint Checkpoint wie hast du das geschafft ach okay ja das ging eigentlich hu 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 ich wär fast runtergefallen glaub ich ok alter ey wer hat diesen Effekt eigentlich erfunden ach scheiße hab ich zu weit äh weiß nicht wer den erfunden und keine Ahnung endlich mein jemanden den ich nicht mag hier ist die Checkpoint fertig fertig guck mal da hätten wir nur mal 2 mal geschafft für heute gut dann würde ich sagen sehen wir uns gleich mit dem nächsten Begriff hä ich mach hier doch keine Katze zwischen ey warte diesen Satz Silber den kenn ich glaub ich oder? der ist von Skyblock der Waze ja eben mit dem wir nicht handeln oh nein die Tour ist offen ich muss schnell gucken ob meine Katze noch da ist oh die ist auf dem Dach heiler gut sie ist nach da das ist toll was steht da unten willkommen zu meiner S&R viel Spaß bewerte bitte fair mit V okay okay ich gebe ihnen nur schlecht 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 sie macht ob du in der Schule warst ne ich weiß wir sind Skyblock aber das geht hier echt zu weit äh also ich muss sagen dass sie noch ein bisschen mehr Mühe geben können wie viele Leute kennen auch Gommel spielen oh Gott wie viele Leute kennen auch Gommel spielen oh Gott immer diese Gommel Kiddies richtig mit tausend in der Aufrufezeit boah ich muss sagen mir ist noch ein bisschen schwindelig von der anderen Seite wo ist das Ziel oh Gott ich hasse solche Leute okay ich fand sie jetzt echt nicht schön ne also schlecht tut mir leid das sehen wir nächstes mal ein bisschen besser ja echt mal vor allem weil wir uns kennen ja da ist bisschen peinlich ne das stimmt allerdings ihr wir wollten doch noch ich würde sagen dreimal jedes also zum Beispiel dreimal Bett und dann den nächsten Begriff oder? nein 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 eine ganze Folge den Begriff ja nein das ist ja langweilig ne ne die halbe äh aussuchen aber in jeder Map muss der Name Bett sein und du musst das deaktivieren damit wir die Maps nicht doppelt spielen ja aber die die du schon gespielt hast kann ich ja auch nicht ja ja die meine ich ja die wir beide schon gespielt haben ja dann müssen wir aufpassen ah ne die wird mir ja auch nicht angezeigt nehmen gut äh dann mach ich das deswegen sag ich das ja soo eigentlich auch ganz oh da ist es schon das Ziel oh Gott guck mal ne da warst du heute das erste Mal schneller als ich ja stimmt ja gar nicht aber sonst bist du immer schneller so hopp äh ja mäßig ne also weiß ich nicht pfff schön war es jetzt nicht unser Ziel ist es nämlich hier wir wollen versuchen so viele wie möglich hier äh zu besiegen zu besiegen zu ach so ach du warst noch gar nicht draußen nö ach man Leon du warst doch noch nicht fertig oder doch ja ja ups ok sorry war Bett rumken Bett rumken ok ich glaube das sollte eher was anderes sein äh nicht Bett ja aber ich hä hasse diese Tramp-Rands oder ja ich glaub schon ja hasse diese Tramp-Rands wo man nicht weiß wo man hin muss vor allem diese Map ähm ne weil dann wundere ich mich echt dass die auf Bett gekommen ist ne das war ja nicht Amelie ach so ach so ok ok denn Bett ist ja eigentlich schon so ein Begriff ne hm ja Bett ok wegen Bettkacke Bettwars hm hä wieso hast du das nicht Bett habe ich auch im Zimmer stehen äh ja aber trotzdem weil jetzt sind hier die ganzen Bett Wars Maps ach fand ich diese Betonken hier schon ganz cool ne ich nicht äh ich hole mir erstmal den Checkpoint hier sicher 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 allerdings äh na bist du ins Richtige gegangen ne aber ich bin trotzdem gestorben was im anderen äh ja da geht es weiter ok ja aber dann geht es auch weiter aber hier ist das Ziel ok ok ich dachte ich brenne hier ui ja cool haben wir das auch geschafft pfff fand ich auch nur mäßig na also bis jetzt war noch keine coole Map dabei das stimmt so so ne es geht es du bist in Bad Wars oh sorry du bist in Bad Wars schnell kauf dir ein Eisenschwert Leon oh ne ich hasse Eisenschwert schnell komm hier zum Villager ok so jetzt können wir los die Gegner töten alle rasieren wer baut denn bitte in Bad Wars so ein Weg also äh da sind die Gegner glaube ich ist jetzt in jedem so ein Ding ne dachte ich aber ah bestimmt müssen wir durch den Spawner ja ach 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 das kriegt schlecht das ist ja echt peinlich hier aber ich finde es immer noch lustig dass wir von das Silber eine Map hatten ja das fand ich auch sehr lustig vielleicht können wir in den nächsten Erfolge ja einfach mal suchen nach Leuten von der Waze also von Nerox Plays ja das können wir natürlich auch machen was die so bauen ja lest mal vor äh hoffe die Map gefällt euch in einem First Dix unternehmen holz wie Crafted nach Sokis zum Jump'n Run Modus wollen wir das Quiz und das Jump'n Run oder nur eins äh das Quiz ok das Quiz wie Crafted man vor allem in der Militest Dix und Männer an Sticks außen rum und holz in der Mitte da neben Holz ja das wird dir jetzt auch gesagt ne doch ne ich äh hey nein verwechselt hier was nö ok da dann muss man das Schöpfen dann machen Dankeschön für den Prank ne 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 3 Prozent zehn Jahr das sagt er das Portal ist echt so jetzt erst wird er getestet meint er so schwer sind sie jetzt aber auch nicht und da habe ich die Leiter nicht gesehen hr er er ich kann mich ja im Portal steckste Portal fest und er so das ist gut so auch scheiße K es fliegen mit Betts siehst du aus Bett schon er ich bin schon drauf ich bin schon am Ziel ich war auf dich ja musste ja eh ja mei auch so Checkpoint geschafft endlich oh ne hier habe ich Speed ne muss ich hier aufpassen nö uhuhuhu ok habe ich ah da hinten ist das Bett also dieses Dauerspringen das ist nichts für mich ok hop hop Prozent hier muss ich hoch springen ja ja muss ich hop hop ich würd's natürlich auch noch schaffen so ich bin jetzt hier beim Bett oh oh jetzt kann er wirklich fliegen wow amazing ich wollte schon sagen war ich jetzt echt schneller ne machst du nicht ja war ok ne ja dafür dass das Quiz nicht funktioniert hat also ja das ist ja eh schon oh gott Lies mal Titel vor eine Piep auf MC Experts Bett ja sieht niedlich aus kommst du da nicht hoch oh man ich würd jetzt gerne wissen was hier was ist das ist das hier eben das werden wir glaube ich nie erfahren ah nee das ist die Frau oh gott das schwarzerige ist die Frau ne ich glaube nicht schnell oh oh ne na ich dachte gerade ne längere Map hm aber doch schon ein bisschen länger ja bisschen ja bisschen weg der Betten die umdrehen Töne Euro und er hat leicht die sich beraten das andere er hat mich liefert nicht die Bilder vor ok ich geh leicht oh finde einen Weg in die Mitte um Gold zu holen äh ah oh ich dachte ich verkack das hier schon Neon hat hoch du hättest schwer machen müssen echt wieso das denn weil das so schwer ist da komm ich gar nicht durch oh mein Gott Alter was sind das für Sprünge hä Alter ich find leicht schon so schwer dann ist schwer nix für dich so ich probier's jetzt nochmal ah dann hätte ich schwingen müssen so what the fuck ok da hast du dann nach Geografie was da steht im Shit die Erdkunde über Geografie Erkunde wo sind ach da ist hier ein Checkpoint drin hey ich hab hier keinen Checkpoint ne hä ich kann doch nicht sein was bringt es mir hier drauf zu gehen so weit kann man nicht sprechen so so ich hab keine Enderperle ich hab gar nichts das ist das schon hast du es geschafft nö noch nicht weil du möchtest sie hier gleich mal rüberfliegen vielleicht kannst du mir dann helfen ach ach ich bin in die falsche Richtung gelaufen ach toll 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 ich hoffe ich krieg hier keinen Fallschaden sonst bin ich tot hä ich bin ich jetzt schon wieder hier beim Haus hä ich versteh die Map nicht Leon ich bin fertig soll ich beenden es? ja beende mal und komm mal bitte also das schwere das war schon anspruchsvoll muss ich sagen ach ach das hier ist ein anderes Haus ach so komm mal bitte nochmal mit zum Anfang ja du musst in das orange Ding rein warte wo war denn der Anfang? ach zum Anfang ok ja zum Anfang nochmal ah ich bin beim Anfang hier Leon ne ja so ich bin hier gespawnt ne so dann muss ich erstmal hier hoch und dann hier rüber springen oder da her so ja und dann ja dann hier rüber ne so ja so dann war ich hier ja da bin ich erstmal nach oben gegangen ja hast du dann habe ich mich hier umgedreht hab dann das hier gesehen hä dahin hab ich nicht hingeschaut ich hab nur nach da gesehen ja da bin ich da wieder runter geschwungen da bist du doch aber hergekommen ja ich weiß und dann bin ich hierher ja gut und hier war dann schon wieder das Haus hä? warte hier war ich doch vorhin ja gut dann komm mal mit zu meinem ähm ich will immer meins zeigen und zwar hier uch so und dann hier lang äh hier 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 genau hier ähm ja hier hat das ganze angefangen äh so dann erstmal einen Sprung weil ich hatte keinen einzigen so dann hier hoch ne hoch dann blad dann hier wieder mal ein vierer hier so hoch da weil meins viel schwerer war so dann da dann hier ne probier mal den Sprung hier welchen schön hier da drauf springen ja ja den nächsten okay hast du geschafft äh dann komm mal mit ne ne das reicht mir jetzt von der Map noch komm mal hier her ne ne mach mal bitte den hier oh den jetzt noch nicht geschafft hop 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 den nächsten okay okay du lest den titel bitte vor das LP bett was für Impersor auch alles das ist du bist im grünen 1 ich würde in tiefen grün wählen Hallo alle miteinander ich habe für euch ein gespielt gerade wo wo Gott gerade ein Bett zerstören und gerade kam ein blauer und zerstört dein Bett gerade du musst ihr Bett zerstören muss gut das ist bei den Leuten immer so oh Leon ich hab ja nächste Woche schon wieder Schule oh schuldig hab schon seit 2 2 3 oh ne ich bin runtergefahren ich hab auch einmal 8 Stunden Leon oh ja voll kacke und das in den letzten Schuljahr oh oh ich hasse dieses boah wie hoch geht's oh 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 ne änderperle Leider hat er das beste Schwert ihn ugh ach geschafft schau dir bitte mal das Schild an ja wenn ich da rüber komm ne ich komm ja nicht rüber Leon wie hast du das geschafft ach ich hab ne änderperle hey wohin muss ich jetzt nach oben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah, lol. Wer ist lol? Achso. Gewonnen! Hast du dir das Schild angeschaut? Was steht da? Oh, oh, hier ist einer leider und hat das beste Schwert. Ne, ich meine das Schild hier, das hier, das hier, nein, das hier. Achso, ja, sorry, hier sind irgendwie über Slimes, in die Mitte. Okay Leon, dann, dass du jetzt Bett eingeben. Ui, ich? Okay. Dann muss ich glaube ich meine Herausforderung erstmal wegmachen. Ja, du musst erstmal slash, warte, ich mache. Will leave. So, und jetzt kann ich dich herausfordern. Ähm. Bet. Bet. Bet, äh. Gespielte. Also nicht gespielte. Äh. Alle Jumpmans nach Datum. Nö, nach Bewertung. Du musst einfach nur in der Mitte. Da ist damit deaktiviert, das einfach nur in der Mitte, die wir noch nie hatten. Aber du kannst natürlich noch Bewertung gehen. Aber du kannst natürlich noch Bewertung gehen. Ja, ich gehe nach Bewertung. Wenn du auf Qualität legst. Ja. Ja. Suche starten. Paluten-Betwars. Mal gucken, was das wird. Ja. Okay. Paluten-Betwars. Palupidisil und Anderr. Ihr seid in Bedwars und Bett ist schon abgebaut. Versucht das Bett eures Gegners abzubauen. Viel Spaß wünscht Pauli. Die Doppelwohnern ersetzen. Eine Ahnung. Doch, hä? Haben die doch in den anderen auch. Ja, deswegen Frage, ja. Woreinst du eigentlich hinbekommen? Ich habe einen anderen Alternativweg gefunden. Ach so, okay. Und wir sind der Leiter. Ja, die brauchte ich auch nicht. Oh, guck mal hier sogar. Easy Sprung. Für dich. Oh, what a magic. In der Mitte. Dubs. Hä? Ach so, water energy. Brauchte man nur gar nicht machen. Ne. Brauchte man auch nicht. Ach so. Oh, pss. Fail. Das war ein kleiner Fail. Weißt du jetzt wo du lang musst? Jaja, ich bin nur gegen den Block da oben gesprungen. Ah ja, ich war beim ersten Mal auch. So. Hier ist kein Schild. Ui. Hey. Das ist so eine typische Falle von mir gewesen. Ach ne, ich war wie am Zaun. Ich hasse Zäune. Äh, Gitter. Ich verstehe allerdings nicht, was das für ne Bad Wars Map ist. Wer baut denn sowas? Ja ne, wer baut überhaupt so nen Weg? Naja, ich. Ich baue ja immer nen Jump'n'Run. Falscher Weg. Hm. Soll ich sagen, gehen wir mal hier lang. Äh. Wie falscher Weg? Du musst hier her. Äh. Ach so. Kann ich halt so. Hopp. Hey Leon, wie hast du... Ach so, da sind Leitern. Okay. Dadurch passe ich nicht, ne? Nee, schade. Ah, aber hier. Doch, aber auf der anderen Seite. So, was gibts hier? Ich hab mich bewegt. So, ah. Okay, fertig. Ja, schön für dich. Jo. Ach Gott, ich hab's. Na, wo ist denn das Ding? Wo ist es denn? Ja, gut. Ging so, ne? Ging. Gut sagen. Dann gehen wir gleich. In die nächste Map. Palutens Bedo aus Woche. Okay. Palutens ist anscheinend ganz schön gut bewertet. Ja, weil's Palutens ist. So, eh. Halo, viel Spaß bei unserem Jump'n'Run. Los schnell in die Mitte und zerstöre die Betten. In der Mitte zerstört man jetzt die Betten. So, so. Okay. Naja, ich würd' sagen, wir legen einfach mal los hier. Ja, ich leg's schon los. Und du schläfst da ein. Okay. Ja, stimmt allerdings. So, wo gehen wir denn zuerst mal hin? Ja, wir können nur nach links. Ja? Ja. Nein? Nein. Nein. Wer baut denn so'n Bett, wo's Weg, also uns? Naja, ich. So, Bett hab' ich abgebaut. Was? Gut gemacht, du hast das erste Bett zerstört. So? Ich bin immer gespannt, wie wir zum vierten Bett kommen. Weil da ist kein Weg. Erster denn hier ist Ende. Oh, du musst immer im Weg und springen. So. Hier, da um sind noch schöner. Ah, guck mal. Wow, zweites Bett hätt' ich nicht gedacht, dass du erschachst, jetzt kaufe eine Enderperle. Oh Gott, ich hoffe, ich verkack dich nicht, weil ich hab damit immer schlechte Erlebnisse, Erfahrungen. Du hast ja noch welche. So weit? Ja, du hast gewonnen, du bist der Pro. Oh, wir. Wir. Guck dir die Schilder. Bin auch der Pro sein. Guck dir die Schilder. Ja, du hast gewonnen, du bist der Pro jetzt. Witter Tom, Sporn. Sporn. Los, hast du Lust auf noch eine Runde, Bad Wars? Nee, eigentlich nicht. Doch. Oh, nee, doch nicht. Oh, okay, dann nicht. Für jetzt hatte ich doch Lust auf noch ne Runde, Bad Wars. So, dann gleich das nächste, äh, Bad Wars. Okay, die Map sieht auch nicht viel versprechen aus. Hey, willkommen bei einer Runde, wenn ihr zu zweit spielt bitte jeder ein ein anderes Tee an? Tee haben? Blau, weiß, blau Liebe. Ja, ich bin rot. In die Mitte, okay. Wer zuerst da hat gewonnen, oder was? Ja, ich glaube schon. Das, die Idee finde ich zum Beispiel jetzt eher schön. Ja. So, äh, okay. Hast du auch ein Slime? Toll, der Slime-Sprung hat bei mir nicht geklappt. Oh. Da schnell zurück in die Basis von Team Grün. Wieso soll ich denn nach Grün jetzt? Leon, Leon, hattest du ein Slime-Sprung? Ja. Okay, dann will ich mich mal nicht beschweren. Die sehen beide gleich aus. Und jetzt zu Grün brauchen wir noch einen Schlime-Sprung. Mist, 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 da war so wieder besser. Tja. Schnee in die Basis, äh, hier. Oh, ich hasse immer noch Bad Wars. Schnell zu Gelb. Hä? Wieso geh ich denn jetzt wieder hier hin? Dann zu Gelb zu gehen. Boah, diese ganzen ganzen Dick-Leiter-Sprünge. Sind vollkommen easy. Ja, das schon, aber die tun mir meinen Fingern weh. So, Team Gelb. Äh, das hier ist Team Gelb. Äh, ich war blau, ja. Schnell zu Gelb. Bin ich in Team Gelb? Nö. Hä? Oh, ich hab Battle gewonnen. Was will ich denn hier, Leon? Wieso bist du denn jetzt bei mir? Der soll das doch zu dir. Der hat mich hinterleportiert. Ja, du bist doch jetzt bei dir, bei Blau. Och, Mann. Och, Mann. Leon, die Map brechen wir ab, die nervt nicht. Also, die kriegt von mir ne gute Bewertung. Ja, von mir auch. Ich find die, äh, Idee nämlich ganz gut. Ja, ich auch. So. So, äh, das Bett. Okay, die scheint bisschen länger zu sein. Bisschen. Weeeeee. Hat keine Freunde. Ach, ja, das stimmt. So. Map-Bilder sind mir egal. Bin keine Abkürzungen nehmen, danke. Also, für dich keine Abkürzungen nehmen. Äh, das entscheide ich. Baum der Popel. So, so. Lecker. Och Gott, ne, ne. Pfff. Du bist an einem Hof angekommen und willst hier übernachten. Geh in das Haus. Nein. Aus von Kevin. So, so. Ich hasse Zaunsprünge. Sorry, keiner da. Versuche das später nochmal. Ui. Och Gott, ey. Endlich. Muss ich da hoch, oder was? Ja. Oh Gott. Äh, da ist der Freund Kevin. Hier. Vi... Bäh. Wipp Kevin. Ich wollte sowas wie VIP machen, Leon. Was wolltest du denn? Hä, als ob du das nicht auf Anhieb schaffst? Nö. Ich bin Täuschen. Hier geh mal scheißen. Hm, lecker. Das ist Klaus, die fette Maus. Geh aus dem Hintereingang zum Hotel. Ich hab dir auch schon ein Zimmer reserviert. Das wundert mich nicht, dass der keine Freunde hat. Ich hab auch verkackt. Hinterzimmer. Okay. Ne, wir fahren mit dem Taxi. Okay. Okay. Müssen wir jetzt fliehen. Mist, der Wächter braucht ein Passwort. Frage. Wie heißen die Erbauer von Nijam and Drang? Ja, hättest du den mal lieber vorgelesen, ne? Zocker Girl oder Ritter Babu? Ich sag Zocker Girl. Ne, falsche Antwort. Ja, ne, ist es mal lieber vorlesen, ne? Toilette Pool. Ich würd sagen, wir gehen auf die Toilette. Ne, beides falsch. Ich nicht. Ah, du gehst hier das Jump'n ran weitermachen. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Ja, tatsächlich. So. Äh, war, ja, ne? Naja, ging so. Besonders finde ich hier grad gar nichts mehr. Bad ist halt nicht so ein kreatives Thema. Hätten die Leute das mal besser machen können, ne? Achso, geht's raus. Was? So, Bad Wars und Sky Wars. In einem? Hä? Ist das nicht Sky Wars? Ist das nicht eh schon Sky Wars, wenn man Kids hat? Okay. Schnell in die Mitte. Was ist denn die Mitte? Ist das da drüben die Mitte? Was ist denn die Mitte? Geh mal nach. Oh, ich hab verworfen. Der Gegner ist tot. Er ist runter geschwungen. Muss ich jetzt da hin? Alter, was ist das hier? Ich hab außerdem zwei Antworten bekommen, Leon. Ist das nicht schön? Ja, schön. Ich hab' ein Blöcke kaufen. Ich hab' einen Weg in die Mitte. Ah. Okay. Wohin? Du zählst. Okay. Hallo, Naja, jetzt mal bitte, wir wollen zum Ziel geht's, die Schilder vorlesen, Leon. Nöö, du Ego. Die Schilder steht, was ist geschafft. Baut seit 37 Minuten. Eieieiei. Ah, 7-3 Minuten. Badwurst auf Revenside. Äh, ich muss sagen, Leon, ich hab' jetzt letztens auf dem Badwurst-Server gespielt, da fand ich's richtig cool. Da waren so kleine Maschinen, die dir die Brücken gebaut haben. Okay. Also so wie diese Bridge auf Reven. Äh, nee, nee, du kannst in diesen Shop so eine kleine Maschine, die dir die Brücken gebaut haben. Kleine Turtle oder sowas kaufen? Und die baute dir dann so einen 10-Blocke-Gang auf einmal. Okay. Den fand ich richtig cool. Sehr interessant. Können wir ja auch mal gleich spielen. Vielleicht. Hm, nee. Hm, nee. Oh. Da war das Ziel schon. Gehst du mal bitte die Schilder durch? Die Schilder? Wo waren denn die Schilder? Überall da. Ja, diese paar Schilder da. Paar. So. Komm, komm, komm. Nä, ist denn mehr. So. Und wie viele Seiten sind noch übrig vom Bett? Ach, ganz viele bestimmt. Bad Worts von Rosenherz123. Okay. Das sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Ja, ich muss sagen, ich glaube, die hat schon mal am meisten gebaut von allen. Beziehungsweise sich vielleicht etwas Mühe gegeben. Hopp, hopp. Das war kein Checkpoint. Das war kein Checkpoint. Äh. Hier muss ich... So. Oh Gott, da ist ein Tideon. Ja. Das ist blöd, da müssen wir schneller. Hallo. Ja. Bin in Wirklichkeit ein genickter YouTuber. Ja, ja klar. Wer das schreibt. Hä? Ich glaube, hier sind wir falsch. Ja, wieso ist denn hier ein Checkpoint? Das verstehe ich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Okay. Dann. Nach rechts, oder? Ja, nach rechts denke ich mal. Okay, Mann. Was für Fail... Och, nee. So. Ja, hier ist nämlich die Tür auch offen. Okay. So ein Bett, das bringt aber auch nicht viel. ich bin ich bin ja ja oh mein Gott sind wir schlecht ich gehe mal hier auf die hier warte hier unten ist eine Holzplatte Ah! Wo? Wo denn? Äh, unten? Jetzt, nee, guck mal zu mir genau! Achtung! Da gibt's Dingsi! Dingsibum! Hä? Hallo? Ja? 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 Dings ist noch... Fail? Das war mega gut, deine Leistung. Ja, ich wusste doch nicht, dass er links ist. Ich hab ein Portal. Ich würde sagen, das ist jetzt das letzte, oder? Ähm, nee. Nee? Nee, nee, nur noch CK4, würde ich sagen. Vier? Oh, Gutsch. Vier Maps noch. Ich such mal ne längere raus. Okay, dann vielleicht nicht ganz so viel. Dann such mal ne längere raus. Äh, das ist Zeitspanne. Ach, nee. Die Folge, die wird dann wahrscheinlich so zwischen 50 und ne Stunde gehen. Okay. Ja. Du, 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 du. Behalte dich mal. Ja, oder? Okay, die war ja... Fünf... Minuten. Modado Mongos im Bett. Oh! Leon! Leon! Du musst jemanden grüßen! Grüße bitte Till und Leon und darf ich dir eine Freundschaftsansfrage auf Gummi stellen. Hallo Maudado und andere. Dies ist mein Level. Du willst mit Zombie und O-Saft im Bett schlafen? Und Leon springt vor deswegen. Lese ich die Schilder nicht. Nö. Leon, wir lesen die Schilder. Okay. Oh, Mann ey. Oh Gott, ich hasse den. Diese Map. Oh Gott. Alles. Fucker Sprünge. So. Will ich mir den Checkpoint hier holen? Nee, lieber nicht. Hab ich auch nicht immer. Lieber nicht. Der sieht mir zu gefährlich aus. Hä? Als ob ich zurück teleportiert worden bin. Ja, bis auf den roten Block gelaufen. Ich hab keinen gesehen. Boah, ich finde diese roten Blöcke, ne, die könnte man auch weg machen. Was bringen die hier im Spiel? Die buggen eh nur herum. Das stimmt allerdings. Okay, ich hol mir jetzt den Checkpoint. So. Hopp. Hä? Aber das ist doch nur Wolle, Leon. Rote Wolle bringt einen auch zurück? Nö. Keine Ahnung, vielleicht hat's auch auf das Ding geklickt. Och Gott, das hier ist ne komische Map. Ich hab mir neulich mal die Person hier angeschaut. Ja, die ist doch hübsch. Weiß nicht, du hast's doch eh schon wieder geschafft. Nö. Nö? Bin hier gerade bei so, ist das Maudado, ich glaube. Du bist bei Zombay, Wendan, oder? Nö, bei Maudado. Jetzt kommt hier nur Alphastein. Das glaub ich jetzt nicht. Als ob ich jetzt verkackt habe und jetzt so weit wieder zurück bin. Du hast gar nicht verkackt. Doch, jetzt bin ich wieder bei Zombay. Och, boah, Alter, ne? Ich krieg gerade die Krise, wie ich seh'n. Hier kommen übrigens so geile Leitersprünge für dich. Och Mann, hm. Hab keinen Bock mehr. Muss doch immer ein Checkpoint sein. Endlich. Och Mann, liest doch mal die Schilder vor, Leon. Hä, hier sind doch keine Schilder. Doch, da war eins mit Gonzo als Schild. Oh, oh, ich hab Gonzo verkackt. Nee, entehrt. Wie entehrt? Entehrt? Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, weil er ihn im Bett mit Zombie gemalt hat oder so. Alter, ich krieg die Krise hier, Leiterkacke. Ich hab's geschafft. Hä, wie... Vielen Dank, steht hier. Ach, ich hol mir erstmal den Checkpoint. Och, nee, ey. Du, 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 du. Och, nee, jetzt seh' ich hier nichts. Oh, oh, oh. Och, Gott, ey. Ach, hier ist Osaft. Hallo, Osaft. Och, sag Gott, das ist ja echt Alperstein. Nee, das ist nicht Alperstein. Na, wer denn? Keine Ahnung. Steini LP? Ah, endlich. Oh, ich hab sogar vorlieg geschafft. Hahaha. Tja. Ja, guck mal, da war ich mal wieder besser als du. So noch drei Maps? Drei Maps noch, okay. Ja. Zwei suchst du dir nur aus und eine suche ich mir aus, okay? Nö. Ach doch, Leon, weil du hast viel, viel länger gehabt. Okay. Machen wir das hier. Better than the rest, okay? Die Map sieht auf jeden Fall cool aus. Du versuchst, Schiff, der zu fliehen. Aber du siehst nicht mehr so gut. Hey, was ist denn da? Nichts. Wie komisch das geschrieben ist. Du versuchst, Schiff, der zu fliehen. Hast du den Fall nicht gesehen? Äh, ich wollte da gucken, trotzdem. Ach so. Leon. Oh, und überall die Planke mit ihm. Ja. Bitte mal auch vorlesen. Das Jump'n'Run ist mir jetzt schon unsympathisch. Ja, wegen dem Wasser, ne? Ja. Ne, da seh ich schon, wie er Slimesprünge, aber die gehen ja eigentlich. Als ob du das geschafft hast. Äh, ja, das Wasser war leicht. Ja. Stimmt. Oh nein, solche Wasserdreckli. Oh, scheiße. Nein! Oh, oh, oh. Oh Gott, da war ne Ranke dran. Oh, die hab ich nicht gesehen. Fuck. Das kann ich überhaupt nicht. Weißt du ja. Äh, weiß ich das? Ja. Stimmt, irgendeine Wassermap hatten wir mal gespielt. Ja. Ja. Ganz ätzende Wassermap. Wer sagt dir jemand mal als Thema Wasser? Oh, Gott. Bloß nicht. Das ist jetzt sehr hoch, ja, ne? Ne. Blöd, da hinter dir waren noch so weitere Dinger. Ja, aber ich wusste nicht, ob man das schafft. Schaffen man das? Und wer rennt mir wieder rein? Richtig, du. Ich auch. Und ich habe es vor dir. Ja, ja, ist mir eigentlich egal. Geh nicht. Mir nicht. Ach Gott. Alter. Die Map steht da mit 5 Minuten 58 Durchschnittszeit. Oh, sind wir schlecht Leon. Ja, mega schlecht. Ja, mega schlecht. Hä? 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 Der Sprung ist voll easy, warum schaffst du denn nicht? Ja, ne, jetzt auf einmal. Ach, Mann, ey. Gibt's hier keine Abkürzung. Ah, okay, ich verstehe warum. Die doch so lange brauchen. Hä? Hä? Was mache ich da falsch Leon? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ist einfach zu schlecht. Ich komme da nicht so drauf, wie ich will. I know your problem. Spring. 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 Ah, jetzt auch endlich. Äh, müssen wir da auf die Fallme, ja, ne? Äh, ja. Okay. Schalki hätte ich ganz gern. Och, ne, jetzt habe ich Speed oder was? Ja. Speed. Ach, das geht aber. Das geht aber. Äh, ich hasse das. Ich mag das. So, hopp. Also, ich fand das schwerste war jetzt hier der Anfang. Nö. Och, Gott. Wieso bin ich auf die Druckplatte gegangen? Och, Gott. Was ist das denn hier? Okay, Leon, ich weiß, was du meinst. Puh. Och, Mann. Mann, ey, ich will das hier machen. Schaffen. Ich hab Kanonenkugeln, Alter. So. Ja. 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 Hä? Oh, jetzt. Ich geh gleich in den Noob-Modus. Der Noob-Modus. Den gibt's hier. Dann hat man Fly. Ach, meinst du Slash-Spec? Ja. Hä? Hab nur noch zwei Herzens. Wenn ich mich da jetzt hin teleportieren. Ah, naja, es gibt nicht schon. Hä, Leon, ich schaff den Schwung gar nicht. Ja. Ich tu mir einen anderen Weg. Ich tu mir einen anderen Weg. Ja. Scheiß. Scheiß. Huiiii. Oh, Leon, die Map ist nicht für mich. Die schaff ich nicht. Oh. Oh. Ich komm da nicht rüber. Glaub ich hab abgekürzt. Oh Gott. Oh, Checkpoint endlich. Halbes Herz. Geil. Ach, Ziel. Ach man, wie so hab ich denn immer noch Speed. 558. Passt perfekt. F5 57 geschafft. Schön für dich. Bescheidst du gerade. Ah, da. Ach, ich hab Enderperlen bekommen. Ähm. Bring hier auf die erste Kanonenkugel. Nee, nee, ich muss grad was gucken. Das ist immer da hinten. Ja, das hab ich auch geguckt, aber das kriegst du nicht. Du wirst zu wenige Enderperlen. So, dann bin ich schon mal hier. Natürlich krieg ich das Leon. Ah, du bist ein lächerlicher Schieter. Nee, ich nutze nur die Vorteile der Maps. Keine Vorteile. Wie sagst du denn so viele? Weil man nie kriegt. Genau, bleib da stehen. Hast du's grade verkackt? Nee, nee, nee. Scheiße! Warte, ich hab noch ne Idee. Bring doch einfach hier drauf, Mann. Ja, mach ich genau. So, fertig. Du bist ein Lappen. Fertig! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Das ist es überhaupt nicht geschafft. So, vorletzte Map. Hop, hopp. Natürlich hab ich's geschafft, hat man neu in der Aufnahme gesehen. Ja, das sehen wir ja dann. Wo ist die Durchschnittszeit? nicht und durchschnittlich durchschnittszeit 28 Minuten er hat daher wo ich werde mit ihr du schaffst den Sprung schon nicht ich glaube das ist echt nichts für mich was ich glaube ich nicht schaffe weil sonst schaffe ich ja immer alles ja ich glaube das war auch mal bei einem Adventskalender hier der Fall da wusste ich einfach nicht wie ich weitermachen soll bleib immer oben an der Dreckslider hängen schön dass du da überhaupt dran hängen bleibst am Ende ist der Checkpoint irgendwo auf der Drecksmap schweiß schweiß Naja, ich will die Map nicht machen! Doch, das ist jetzt eine Herausforderung. Ach Gott, dann geht er eine Stunde und eine halbe! Nö. Egal. Du hast schon mehr Fails als ich, wie du auch immer. Okay, weil du schneller bist. Äh, öfter... Ah, ich hab's! Ja, jetzt bloß nicht runterfallen. Kannst du mir einen Tipp geben? Also, ich würde mich so ja ganz an den Rand stellen. Dann einfach so rum. Äh, ja. Ja. Also auch nicht sprinten oder so? Der wird doch klar sprinten. So ganz an den Rand, dann so sprinten und rum. Mann, Mann, Mann. Ach, Fail. Er will den neuen Skin malen, Alter. Okay, ich würde doch sagen, dass jetzt die letzte Map lehren. Ja, das würde ich auch sagen. Weil gleich kommt das Finale vom Promi Big Warza. Oh, das müssen wir natürlich schauen, ne? Natürlich muss ich das schauen. Dann lässt du mich hier einfach alleine? Ja, dann lass ich dich hier alleine, ähm, diese Jumps hier zu Ende machen. Hm? Genau, dann gehst du in Spectator-Modus und machst dann erstmal eine Timelapse. Richtig. Wie ich das schaffe. Richtig. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie man eine Timelapse macht, aber, ja. Du musst einfach nur die Geschwindigkeit des Videos hochstellen. Ja, das können ja dann die Zuschauer machen, oder? Dafür gibt's auch die Geschwindigkeitsoption. Oh, Gott. Das findest du, Freunde. Ja, ich auch. Oh, Leon. Ich krieg hier grad ein bisschen Krise. Cool. Hopp, hopp. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Kein Wunder, dass die hier 10 Stunden brauchen. 28 Minuten. So, ich guck mal jetzt mal den nächsten Schwung an. Pff. Alter. You better fit. Hier ist ja alles kacke. Ja. Denk ich mir auch gerade. Es ist besser, wenn ich quitte. Vor allem, wenn ich dann da hinten nochmal den gleichen Sprung sehe. Da ist aber bestimmt ein Schickpoint. Äh, weiß nicht. Mann, können wir nicht zum Abschluss eine einfache Map machen, Leon? Äh, ich würd sagen, wir spielen die Map jetzt noch bis... Äh, bis 7 Minuten irgendwas. Ja, dann springen. Puh! Checkpoint. Ich geh in den Spectator-Mode. Genau, mach das. Und schau dir zu. Siehst du mich dann eigentlich? Ne, ne? Ja. Ah, cool. Dann spring ich hier mal auch mit. Okay. Na, Super Leon? Gott. Pff. Oh, der Sprung sieht aber schwer aus. Ja. Oh, dann auch noch Zau... Oh. Bloß nicht runterfallen. Pff. 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 gut das ist auch so ein Abfacksprung ich würde gerne mal wissen wie lange der Bauer gebraucht hat wie lange der Bauer gebraucht hat um das fertig zu spielen freu dich auf den Turm wohin du jetzt hingehst ok Leitern bis du rum bist ja leider nicht mehr gut ist alles Kacka Leiter und hier ist kein Checkpoint Leon ja das heißt du musst diesen Zwirn da den du geraten machst immer machen oh Gott jetzt verkack ich den schönen ich glaube nicht ich auch go ja super jetzt mit der Ruhe oder doch nicht ne ne den muss man außen den muss man da guck ich den würd ich empfehlen aus dem Jumping zu machen muss man nicht man kann ihn auch anders schaffen aber der ist glaube ich einfacher wenn man den so um ja da muss halt genau diese Ecke da treffen ja genau das ist das Schwierige ja okay ja okay ja okay ja okay ich guck mir mal eben so den Rest an okay Leiterkacke ja nochmal Leiterkacke such mal das Ende bitte ja das Ende ist hier oben beim Gold ach so okay nicht dass er es irgendwo hingeplaced hat war doch easy oder stück bisher ist halbwegs einfach noch war doch easy abbruch ist der ex für die ja okay bursen ex für die kinder ich nicht aber das ist ein richtig aktiver plämmen die spiele oder richtig aktiver team oder spieler entweder eins und was macht er dann hier beim das hat doch nichts mit bau spämen zu tun leon wird sie heute noch was torri jetzt kannst du es nochmal machen ja ist doch cool warte ich sagte mal wann der nächste checkpoint kommt hier hinten leon hier cool siehst du mich ja ja okay dann guck bitte mal zu mir ja du stehst da hinten auf dem turm ja genau hier ist dein erstes checkpoint viel spaß dankeschön ich werde den slimeschrung mal versuchen was den slimeschrung hier oh gott oh ich habe ihn verkackt ich glaube mir ist das zu schwer ist doch easy oder ne war doch easy ach ja ja hey alter ich habe den slimeschrung nicht ja aber das markiere ich mir mal als favoriten und irgendwann wenn ich mal langweil habe ich spiele ich das durch hey du spielst das jetzt durch leon ja ernsthaft ja einer von uns muss das schaffen okay egal ob der part dann äh zwei stunden geht so so denk dann kein tagfreund komm leon ich glaube an dich oh gott kein kratzer bitte nicht gut so soll ich schon mal das nächste wort preis geben okay ich guck mal ob er überhaupt oder nicht wieso gefragt hat wenn ich fragen darf wer hört meine entzückende stimme wenn ich fragen darf was wenn ich fragen darf wer hört meine entzückende stimme wenn ich fragen darf wenn ich fragen darf wer hört da immer meine instagram stories hat er gehört wieso ja einfach nur so einfach ein wort sagen einfach ein wort sagen weil es ist ja was kann er da immer noch nicht mehr zu sagen ja das kann doch nicht sein was muss ich trinke mir immer du trinkst dir eben was okay trinkt dir eben mal was ich schon mal ein paar fragen okay dann stelle ich sie dir okay das können wir mit dem zeitvertreib gut machen ach leon ich habe hier so eine imbissbeutel und die riecht so schön einfach neben meinem bett gelegt ist lecker okay bist du bereit leon ja wirst du lieber ein vampir oder ein werwolf ja ich finde vampire einfach geiler blutsaugen und so besser als werwolf und immer stinken wenn man nass ist spielst du irgendwelche instrumente äh nein tatsächlich nicht ich spiele Gitarre also habe ich zumindest vier jahre lang gespielt und ich würde ganz gerne piano lernen oder so klavier halt die anrucke ja ne die frage ist nicht lang wie wäre es wohl das leben eines vogels zu leben oh ich denke mal das kann ganz interessant sein weil zum einen kann man halt fliegen wenn du eine andere zeit und einen anderen ort nennen dürfte ist an dem geboren sein könnte wann und wo wäre das ich denke mal ich habe keine ahnung also ich wüsste ich ja du in harry potter oder so äh ehrlich ich habe geschrieben ich würde gerne im mittelalter als magier geboren werden das wäre wirklich cool man könnte dann Merlin sein und King Arthur helfen zu regieren ok ah was ist das denn Apple sind so dötig pfff pff 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 alles klar ja das dann auf einmal 6 Viren ja 6 Viren können auf Handys irgendwie Viren kommen ja klar echt aber wie denn pff aber die frage ist jetzt eher ob das äh echt ist oder nicht ne oder in der pokémon welt das fände ich auch noch ganz cool ich hab keinen bock mehr dass ich immer ich hab schon geschafft du bist lauch wo ist denn jetzt hier ask wieder hin hey siri ask fm öffnen danke der hat meinen arsten nicht verstanden so nochmal gibt es irgendwas dass du heute tun kannst was du vor einem jahr noch nicht tun konntest ja sinus und cosinus berechnen Prozent okay Nö also was ein erhentlich fühlt mir da jetzt nichts an auf die Schnelle nö nö wie schaut dein Traumurlaub aus mein Traumurlaub auch so ne richtig coole insel mit ganz weißem strand und palmen und so was ich muss ja sagen ne ich muss ja sagen ne ähm so langsam würde ich auch so nen Traumurlaub tatsächlich toll finden aber früher war ich echt nie so wirklich der fan von Sonne Strand also Strand schon aber nicht so heiß halt aber momentan würde ich auch gerne auf so ne Insel sein naja ok ähm ja schreibst du lieber mit Füller oder mit Kugelschreiber und warum Füller äh keine Ahnung ich finde äh das lässt sich ja besser schreiben ok was ist dein Kugelschreiber cooli finde ich nicht so geil mein wertvollster Besitz also Gegenstand oder was ja Gegenstand äh puh keine Ahnung äh wertvollster Gegenstand bestimmt mein Konto ok äh fehlt also das Gegenstand ok ja ok gut kein Bock mehr mir zu schwer hä ist so easy oder nicht jo ja ey ich hab keinen Bock mehr ich geh jetzt ins Back-Tailer-Modus den Sprung hier den Chave nämlich nicht so dann mal hier weiter und da machst du den Speck-Modus wieder aus? das kann man leider nicht ach Leon so das ist ja nur alles easy guck da war ich echt besser als du warst du eben nicht natürlich weil ich bin ja auch so weit gekommen ne und außerdem war ich schneller fertig du Cheater ok Leon dann gehen wir jetzt hier nochmal raus? nö ach man ey dann hol ich mir auch mal alle Checkpoints ist gut so so schwer war der Slime Jump jetzt auch nicht und so so fertig können wir jetzt noch ein schnell leichtes machen Leon du willst jetzt noch ein leichtes dranhängen äh wir enden einfach hier mit dem Part das finde ich gut äh ja das reicht erstmal ne also wie gesagt ne es kommt unregelmäßig und wenn es kommt dann immer Sonntag um 12 Uhr pünktlich zur Mittagsstunde ähm das Projekt wird auch immer mit Leon sein ihr könnt natürlich auch gerne äh Begriffe in die Kommentare schreiben falls ihr das möchtet oder auch auf Twitter oder sonstiges äh Twitter hab ich euch verlinkt und ja Leon hab ich auch verlinkt der hat auch nen YouTube Kanal der lädt einmal im Monat was hoch das stimmt nicht eigentlich einmal in der Woche aber zur Zeit wann kam das letzte Video vor drei Wochen ja gut einmal im Monat warte ich kann schauen ah ne ich hab mein Browser nicht offen ne nicht in einem Monat ne ne ach mein Instagram Profil ähm hab ich auch mal in die ach so Infobox geschrieben ne weil Leon ist da ein bisschen neidisch auf mich ne weil ich überhaupt nicht äh famos bin famos 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 find ich schon ein gutes Fall also ich beende das erzähl mal schnell tschüss famos tschüss